Live-Radio. Unnützes Wissen der 90er-Jahre. Der Live-Radio 90er-Podcast. Mit Silli Riegler und Andi Hohenwarter. Legen wir los, Herr Hohenwarter. Legen wir los. Darf ich am Anfang was sagen, was mich selber total berührt und was überhaupt nichts mit den 90ern zu tun hat? Wenn ich jetzt Nein sage, was tun wir dann? Dann sage ich es natürlich nicht und dann werden wir alle sich denken, mein Gott, hätte ich das gern gewusst. Ist das ein unsympathischer Mensch. Natürlich erzählst du. Der ersten Bärlauch ist gesichtet worden. Weißt du, so sind meine Tage, dass das mein Highlight ist. Meine Mama hat mich angerufen und gesagt, das gibt jetzt schon Bärlauch. Ich liebe Bärlauch, weil man so super Pesto machen kann und weil der so herrlich knofelt. Hatte ich diese Woche. Was, Pesto? Bärlauch-Pesto. Echt, frisch schon? Nein, aber die Mama macht das immer... Auf Vorrat. Ich glaube. Mir wird das immer schimmlig. Irgendwie schaffe ich das nicht. Aber ja, wollte ich nur sagen, vielleicht ist das eine Info, die der eine oder andere brauchen kann. Ich habe gerade geschaut, ob es in Deutschland auch Bärlauch heißt. Es heißt überall Bärlauch. Aha. Na, so ein Scheiß. Hey, das ist super. Aber Bärlauch riecht gut. Nach Knoblauch. Finde ich schon. Ja, total. Auch wenn man gegessen hat, riecht er hervorragend. Oder riecht man dann selber auch hervorragend. Nein, das wollte ich nur sagen. Vielleicht sagt der auch wer, hey, ich bin auch schon ein bisschen älter. Das ist ja ein 90er-Podcast. Genau. Und ich merke, umso älter ich werde, umso mehr mag ich so Natursachen. Ja, bin ja seit fünf Jahren oder sechs Jahren oder... Ich will nicht länger. Weißt du, Schwammerlsucherin und so... Und ich bin mittlerweile schon lieber im Wald unterwegs als... Auf der Piste. Auf der Piste, genau. Ja, ich wollte es einfach nur erwähnen. Vielleicht kann es wer brauchen. Aber ich kann die Brücke schlagen, weil ich habe etwas sehr Interessantes gegoogelt, weil diese Woche... Über Bärlauch. So ähnlich. Aber man kann über den Bärlauchgeruch die Brücke zu dem schlagen, was ich jetzt erzähle. Weil diese Woche hatte ja oder hätte Kurt Cobain seinen 57. Geburtstag gehabt. Da habe ich gelesen, dass Teen Spirit, dieses... Smells like Teen Spirit. Ja. Und dieses Parfum, das haben wir ja schon mal erzählt, dass der Song aufgrund eines Parfums von der Ex von Kurt Cobain... Genau. ...so benannt wurde, der sie dann so wahnsinnig gut verkauft hat in den USA. Und dann bin ich auf einen Artikel gestoßen, die Teenie-Düfte der 90er. Bist du jetzt über Bärlauch zu Knoblauch zu Kurt Cobain zu... Ja, aber eh, warum nicht? Kannst du dich noch an dein erstes Parfum erinnern? Ich weiß nur, was ich in den 90ern immer oben gehabt habe. Das weiß ich schon. Erzähl. Das war CK One. Ja. Oder? Das war CK One. Dieser Artikel. Ja, genau. Teenie-Duft Nummer 1, CK One. Immer noch cool. Ja. Den muss ich mir... Ich glaube, dass du erzählst, du kriegst um 15 Euro oder so. Der ist nicht mehr so teuer. Nein, nein, nein. Und das ist der Duftalter meiner Jugend. Da steht Teenie-Duft Nummer 2 war Tommy Girl. Ja, habe ich auch gekauft. Hast du auch gekauft? Ja, das war so dermaßen süß. Ich meine, das war auch richtig süß. Also das war so... Gott, Gott, hoffentlich stehen mit niemandem im Lift, der das oben hat. Also so süß. Und da steht, trugen immer die besonders hübschen, sportlichen und manchmal gut betuchten Mädchen. Ah ja, schau. Nur gut betucht, stimmt nicht. Dann auf Platz 3 Teenie-Duft Bruno Banani Woman. Sagt mir jetzt gar nichts. Nein. Und dann finde ich es wieder ganz großartig, denn dann kommt gleich schon daher, ihr alle habt die Werbung tausendmal gesehen. Laura Biagiotti. Ach so, so heißt das Paffe? Ja. War das nicht so eine Tennisspielerin? Laura Biagiotti? Nein. Wer ist Laura Biagiotti? Ist eine Italienerin auf jeden Fall. Und da ist die Werbung so oft gerannt. Also ich habe das nie gerannt. Ah, das habe ich auch gehabt. Hast du auch gehabt? Ja. Das ist so ein Flakon mit so einem kleinen Bauch und dann steht Laura auf der Seite und oben ist so ein türkischer Knopf. Genau. Und da steht es aufgrund der enormen... Aber sie war keine Tennisspielerin. Nein, sie war eine Modedesignerin. Ja. Du meinst die Tennisspielerin? Sabatini. Genau, Gabriella Sabatini. Aber die hat einen Anruf gehabt, oder? Ja. Na toll. Ja, wollte ich nur mal sagen. Super. Dürfte. Weil Dürfte ja so sich so einbringen. Ich glaube sogar, dass in meinem Kinderzimmer noch irgendwo dieser Laura Biagiotti-Flakon, weil ich glaube, ich habe das nicht aufgebraucht. Aber das... Das steht auch in dem Artikel, dass viele Menschen sich das gekauft haben, aber nur einmal. Deswegen war das so ein Hype, weil das sie dann aufgrund der Werbung so verkauft hat, aber keiner hat sein zweites Mal gekauft, weil es doch nicht so gut war. Das ist so cool. Das ist so cool. Ich finde es auch spannend, weil du hörst, dass sie eigentlich am Anfang schon sagen können, ah, Bärlauch, apropos Geruch, ich habe da die Top 3 von den Parfels der 90er. Aber du bist über den Körsch-Covain gewandert. Das finde ich eigentlich lustig. Aber was hast du für Parfels gehabt? Hast du das für Männerparfels auch? Weil das war eine alte Dame. Der CK1 war ja Unisex. Ich kann mich erinnern, ich hatte, das hast du vor zehn Jahren wieder einmal gekauft, das Job. Oh, das mit dem Roten. Das rote Job. Rot, wie? Ja. Ja, ja, so rot-rosa. Ja. Also rosa-rot. Großer-rot. Ein furchtbar süßes, würde ich nie wieder verwenden jetzt. Das hat mein Papa gehabt. Aber war auch toll, weil die Freundin von meinem Bruder damals hat in einer Parfümerie gearbeitet. Und somit war ich da sehr duftaffin immer. Ich habe immer, glaube ich, viel zu viel Parfüm aufgetragen als Jugendlicher. Ja. Was googelst du gerade? Ja, Herrnparfüm ist der 90er natürlich. Ja, ich glaube, das haben noch nicht so viele damals getragen. Also was ist das ja da war, war noch nicht so. Cool Water, Davidoff. Hallo, hallo. Ja. Na? Aber ich kann mich erinnern, dass ich ziemlich der Einzige war von meinen Schulkollegen, der überhaupt irgend sowas getragen hat. Also Deo, ja, vielleicht. Aber ich glaube, Parfüm war da noch nicht so. Kannst du dich erinnern an dieses Roma oder so? Sagst du dir das was? Ja. Oder dieses Jean-Paul Gaultier, Le Mal. Ich glaube, das war der Flakot, der ausgesucht hat wie ein Männeroberkörper in Blau mit so Streifen. Das habe ich, das gibt es immer noch. Ja, Allure am 1999. Mhm, nein. War spannend. Das ist wirklich eine spannende Geschichte. Hey, vielleicht schreibt es uns, was denn euer Lieblingsparfüm der 90er war. Das würde mich mal interessieren. Schickt uns mal den Podcast at live-radio.at, was euer Lieblingsparfüm war. Was ich gewonnen war, war schon gut. Aber ich möchte es jetzt, glaube ich, nicht mehr. Ich rieche es voll gern. Wirklich? Aber es hat diesen, man denkt sich, buh, das ist lang her. Ja, buh, du bist lang her. Also es ist jetzt nicht so trendy, glaube ich. Ja. Aber spannendes Thema. Voll gut. Hey, dann tauchen wir jetzt ein. Eine kurze Erklärung. Wir haben ja immer bei Live-Radio auf Sendung um kurz nach halb zwei. Und so ohne jetzt das Wissen der 90er Jahre. Und dann treffen wir uns immer Ende der Woche und suchen die Top 3 raus und machen das dann nur mal im Podcast vor. Schau, wie ihr schaut. Jetzt ist er richtig stolz, dass ich das so schön erklärt habe. Wir starten mal los mit Platz 3. Es geht um ein wahres Schwergewicht der 90er im Fernsehen, der Bulle von Tölz, also Ottfried Fischer. Der war ja ein ewiger Junggeselle, hat bei der Mama daheim gewohnt und hat eben bei der Kripo-Mordfälle aufgekehrt in Bad Tölz. Ich habe das ehrlich gesagt, das habe ich nie gesehen. Gar nicht. Gar nicht. Dann weißt du aber eh viel. Ja, weil man du das aufgeschrieben hast. Ach so. Okay, seien wir jetzt einfach mal ehrlich. Aber du hast was rausgefunden, was ich so cool finde. Weil es war schon, er hat ja immer wieder gefragt, die Mama, was es denn zum Essen gibt, oder? Genau. Das war der zentrale Punkt, also sein Leben, nachdem er da nicht groß liebeserfüllt war, viel Beruf und das Allerwichtigste in seinem Leben war das Essen. Und jetzt kommt es, das werdet ihr nicht glauben und ihr werdet es dann Folge für Folge nachschauen und dann feststellen, ja, irgendwie stimmt es. Denn in keiner einzigen Folge von Bullen von Tölz ist es so gewesen, war er doch 13 Jahre lang auf Sendung, dass Benno jemals irgendwas gegessen hat. Also es war immer Essen vor ihm. Und er hat dann auch zum Besteck gegriffen und es geht dann los, aber dann war es Schnitt und dann war aus. Also er hat nie in der ganzen Serie irgendwas gegessen. Es hat dann die Parallelserie gegeben, Pfarrer Braun, wo er es am Pfarrer gespielt hat, und da war auch Essen ein zentrales Thema. Da hat er schon gegessen, aber im Bullen von Tölz kein einziges Mal. Die Frage, die sich aufdrängt, warum? War es so ein Running Gag? Oder war er gerade auf Diät? Oder was war da? Wir haben in der Redaktion schon drüber gerätselt, könnte das sein, weil er ja doch relativ gewichtig war, dass irgendjemand zu ihm damals gesagt hat, dass es die Menschen abschreckt, wenn jemand so gewichtiger dann so viel isst, dass das irgendwie grauslich wirkt oder so? Keine Ahnung. Achso. Das war aber auch Bodyshaming vom Wollerfeinsten. Ja, aber damals, gell? Ja, das stimmt. In den 90ern war das noch in. Ein Wahnsinn. Aber voll spannend, oder? Voll. Das Unnütze Wissen ist immer so spannend, wenn man es dann auspacken kann, wenn man mit Freunden zusammen sitzt. Habt ihr eigentlich gewusst? Ja, ja. Und dann fällt einem ja nichts ein, wenn man es dann erzählen will. Übrigens, falls ihr euch schauen wollt, ein paar Folgen von Bullen von Tölz sind auf Join immer aktuell online. So drei, vier gibt es da immer. Kann man ein bisschen schauen. Platz zwei. Dann sind wir schon bei den Backstreet Boys und die waren bitte untereinander verwandt. Das ist ja wirklich krass. Kevin und Brian, also sind tatsächlich Cousins. Also die Mama von Kevin und der Papa von Brian waren Geschwister und somit die zwei Cousins. Wie konnte das die letzten hunderttausend Jahre an uns vorbeigehen? Oder ist das ja wirklich? Ich habe es schon gewusst, aber ich bin halt auch wirklich ein Freak-Fan. Achso, ja. Das stimmt. Ich habe das überhaupt nicht gewusst. Der Kevin ist übrigens der Große mit den schwarzen Haaren. Hat der überhaupt ganz selten gesungen. Das war einfach nur der schöne Tänzer eigentlich, oder? Der musste seine Rolle einnehmen und ich glaube... Wenig Gesang. Obwohl er ja bevor seiner Backstreet Boys Karriere in Alladin gesungen hat. In Disneyland. Genau, genau. Also er kann schon singen, aber er war zu schön, um öfter zu singen vielleicht. Und er war ja der Öldere und nachdem er, glaube ich... Er war ja damals, glaube ich, so Anfang, Mitte 20 und nachdem er die Chines ansprechen wollte, glaube ich, musste man da jemand Jüngeren singen lassen. Und das Nick und Brian da als Blondies... Genau, der Brian war eben der... Der mit die ein bisschen Lockerl. Lockerl? Er hat gelockte Haare, aber so kurz, dass man jetzt recht... Und so schmale Augen und relativ breiten Mund dann hat er gehabt. Der ist voll christlich jetzt. Der hat, glaube ich, ganz eine christliche Stimmungslage eingenommen. Eine christliche Stimmungslage. Aha. Ja. Gut. Platz 1. Ich würde sagen, wir bleiben bei den schönen Männern. Er war wirklich einer der schönsten Schauspieler in den 90ern und sogar eigentlich schon in den 80ern. Da hat er nämlich den Lance gespielt in Falkencrest. Lorenzo Lamas. Entschuldigung, wenn wer so heißt, kann er ja nur irgendwie geil ausschauen, oder? Lorenzo Lamas. Da hast du ein Problem, wenn es dann nicht schön ist, wenn es so heißt. Oder wenn er so... Weil es ziemlich... Der Erwartungshaltung ist ziemlich... Ja, voll. Stell dir vor, meine Freunde, wie heißt er denn? Lorenzo Lamas? Und dann geht die Tür auf und... Bule von Tölz kommt rein. Sind wir schon wieder beim Bodyshaming? Na ja. Man muss so aufpassen heutzutage, gell? Man darf das nicht mehr, gell? Aber vielleicht dürfen wir es ja, weil wir einen 90er-Podcast machen. Vielleicht dürfen wir im Mindset auch ein bisschen 90er nur sein. Auf alle Fälle Lorenzo Lamas, das war der Typ mit dem Motorrad und den langen, braunen Haaren in der Fernsehserie Renegade. Hast du geschaut? Nein. Nicht? Das war mir zu männlich alles. Weil dieses Motorrad hat mich nicht interessiert. Er mit den langen Haaren. Ich weiß nicht immer, was da gegangen ist, ehrlich gesagt. Aber wahrscheinlich so ein Nightrider auf dem Motorrad oder so, oder? Wahrscheinlich. Ich kann es auch nicht sagen. Da war ich nur zu klein. Ja. Wahrscheinlich war er auch nur zu klein. Richtig, richtig. Auf jeden Fall war er ein absoluter Frauenschwarm. Auch privat. Denn mittlerweile ist er 66 Jahre alt und auch das sechste Mal schon verheiratet. Seine Frau ist... Jetzt kommt noch ein Klassiker, wenn man schon so heißt und so schön ist. Die Frau ist natürlich 27 Jahre jünger und ist Model. Eigentlich schön jagt das nächste Mal. Aber er schaut immer noch sehr super aus, muss man sagen. Gut. Okay, dann kommen wir jetzt zum Fernsehraten. Du hast wieder einen Schnipsel rausgesucht aus dem 90er Fernsehmoment. Also als Schnipsel ist es heute, glaube ich, relativ lang, aber... 25 Sekunden. Ja, du wirst es sofort erraten. Du weißt auch, was gemeint ist, aber ich möchte den Titel der Serie. Das ist, glaube ich, schwer. Bist du sicher, dass das nicht das letzte... Das ist so ähnlich wie letztes... Also letzte Woche hast du das Gleiche gesagt. Du hast da gesagt... Da war das dann dieses Viva Galaxy oder wie hat das geheißen? Nein, das ist, glaube ich, ein Handy. Organigramm, da hast du es einmal gesagt, Viva... Ah ja, stimmt. Nein, weißt du, da hast du der Stefan Rapp Organigramm eingespielt und du hast gesagt, du wirst es keinen... Ein Organigramm habe ich eingespielt. Okay, es wird immer schlimmer. Wir machen... Ich drücke einfach drauf. Moment, 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 los geht's. Stief, mach wieder runter, ja? Oh nein, ich kann nicht, Karl. Ich bin viel zu aufgeregt. Ich bin jetzt ein Irkel, der auf Hochthuern ist. Gestern war ich bloß ein vertrottelter Fußgänger. Heute bin ich ein vertrottelter Autofahrer. Und jetzt hat deine Boxershots fest, Karl. Wir starten! Stief, warte doch mal, mach jetzt los, kein Wetter. Stief, warte, Stief! War ich das etwa? Weißt du, warum ich jetzt total... Irritiert bist? Irritiert bin, weil in den ersten Sekunden haben wir gedacht, ah, SpongeBob. Nein. Und dann haben wir gedacht, wieso lachen die so blöd beim SpongeBob? Ist ja kein Sitt, kommt ja, lacht ja keiner. Dann haben wir gedacht, ah, das ist dieser Steve Urkel, dieser unnädige... Da habe ich wirklich... Also, wenn ich was unlustig gefunden habe, in den 90ern war das dieser Steve Urkel, würde ich mir das auch nie geben. Ich konnte da nicht... Ich weiß, wie der ausschaut mit so einer großen roten Brille und den Hochwasser-Hosen-Jeans auferzogen mit... Hosenträgern? Hosenträgern. Hosenträgern. Ich habe keine Ahnung, wie die Serie heißt. Oder heißt das Steve Urkel? Nein. Eigentlich war er überhaupt kein Zentraler, also schon wichtig, aber um ihn ist es eigentlich nicht gegangen. Er war nur der Nachbar. Der komische Nachbarsjunge, genau. Alle unter einem Dach hat das geheißen. Aha. Und wer waren die? Ah, das war... Okay, weißt du wieder, glaube ich. So eine Familie? So eine Familie und der Steve Urkel war in die Tochter recht verliebt und ist deswegen die ganze Zeit da gewesen. Was ich ganz witzig finde, dass dieser Steve Urkel, der ja noch relativ jung war und in der Originalversion, der hat jetzt eine komische Stimme gehabt auch und ist dann in den Stimmbruch gekommen und es war ganz schwierig, dass er diese Steve Urkel-Stimme dann auch nach Staffel 3 noch aufrecht erhält und er hat dann total komisch geredet. In Deutschland hat man es dann so gemacht, dass man alles drüber synchronisiert hat und das war dann eben die Stimme von Spongebob, wie du richtig erkannt hast. Ah, das ist ja super unnützes Wissen. Ja. Also ey, was wir machen. Das können wir auch für die Sendung hernehmen, für das Radio, das ist ja voll spannend. Ja, Wahnsinn. Ich glaube, nächste Woche oder übernächste Woche haben wir drinnen, das kann ich jetzt ja schon verraten, ist ja egal, sagen wir es einfach dann nur mal, dass der Synchronsprecher von Colin Farrell, wie er jung war, den Wikis synchronisiert hat. Ja, das haben wir nächste Woche. Genau. Aber, was du nicht mehr weißt, aber das haben wir letzte Woche eigentlich schon gewusst, dass du das vergisst. War nicht letzte Woche irgendwas, wo du gesagt hast, dass wir es sicher vergessen? Nächste Woche? Ja. Was war das? Du hast gesagt, du wolltest gerne noch einmal nachgoogeln, ob MacGyver, ob das mit diesen MacGyver-Sachen irgendwas auf sich hat, dass quasi Blumendünger Sprengstoff werden kann oder ob das alles wirklich an den Haaren herbeigezogen war. Ja, und das habe ich natürlich noch googelt. Ich könnte diese Jepper, die Melodie an dieser Stelle einspielen, wo man 30 Sekunden wartet, bis die Kandidaten dann fertig sind. Oh, das ist ja geil. Er entschärft mit Büroklammern Atombomben und klebt Gleitdrachen aus Mülltüten. Solche Tricks, bla bla bla. Und da steht auch nichts dabei. Ich glaube, ich muss das für nächste Woche recherchieren. Aber, ist das all die gute Frage, Punkt nett. Sind die Tricks, die MacGyver in der frühen Serie angewendet hat, realistisch oder erfunden? Beides, schreibt Anna. Die Tricks funktionieren in der Form, wie es in der Serie gezeigt wird, nicht immer Überraschungen. Das ist aber so gewollt, damit die keiner nachmacht. Ah, das macht sie. Ach so. Das stimmt. Okay. Das stimmt. Tatsächlich sind die Sachen, aber, viele Tricks funktionieren aber tatsächlich und wurden vorher entwickelt und getestet. Ich habe sogar mal gelesen, dass da sogar ein Institut, das Massachusetts Institute of Technology daran beteiligt war. Ja, das kann man sich wahrscheinlich denken, oder? Wenn sie irgendwie Bomben bauen, wird es wahrscheinlich nicht stimmen. Und wenn es aber vielleicht, ja, müsste man jeden Trick einzeln auftröseln. Ja, war es das für heute, Herr Hohenwarter? Möchtest du noch irgendwelche Bärlauch-Tipps vielleicht? Ja, pflückt jetzt, bevor dann später die Maiglöckchen dazukommen, weil dann wird es brenzlig. Das verwechselt man und ist dann giftig, gell? Ja, verwechselt man und dann ist man tot. Echt? Ja. Also wirklich. Mhm. Aber jetzt sind im Februar überhaupt keine Maiglöckerl, da ist eine Gefahr. Jetzt glaube ich, haben wir es, oder? Ich glaube, jetzt auch. Ich fühle mich auch fertig. Noch ein schnelles CK1 und wir hören uns nächste Woche. Unnützes Wissen der 90er Jahre. Der Live-Radio 90er-Podcast. Oh, Mama Mia.